So, jetzt bin ich auf dem Gipfelansturm quasi, der letzte Grat. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man den Gipfel dort drüben. Da wo der Strich in der Landschaft ist, das Gipfelkreuz. Und hinter euch, in der Richtung, sieht man ganz vage noch die Zugspitze im Morgennebel. Also, packen wir es an, die letzte halbe Stunde. Und hinter euch, in der Richtung, sieht man ganz vage noch die Zugspitze im Morgen. Und hinter euch, in der Richtung, schön. Musik Musik